Der Meerestrache ist einsam und verzweifelt. Seine Verwandten sind nämlich verschwunden. Sie wurden mit Haut und Haaren in einen riesigen Schlund gezogen. Nun will der Meerestrache seine Verwandten wiederfinden. Er macht sich auf den Weg in die Tiefen des Internets. Bei seiner Suche ist er auf Unterstützung angewiesen. Der Meerestrache überlegt. Er ist ein Fabeltier und er lebt im Wasser. Er ist ein Wasserfabeltier. Das bedeutet, er sucht nach Fabeltieren, die, wie er, im Wasser leben. Die Suche war erfolgreich. Alle gefundenen Fabeltiere sind Wasserfabeltiere. Das sind ihm aber zu wenige. Um noch mehr Fabelwesen zu finden, setzt der Meerestrache seine Suche fort. Und wieder bekommt er Unterstützung. Er sucht nun nach Fabeltieren oder Fabelwesen. Auch diese Suche war erfolgreich. Er hat viele seiner Verwandten wiedergefunden. Und sogar Fabelwesen, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Was aber kann er jetzt tun, um die Seeungeheuer zu verbannen? Zum Glück bekommt er Hilfe. Der Meerestrache ist erleichtert. Unter all den Fabelwesen gibt es nun kein einziges Seeungeheuer mehr. Nicht nur in der Fabelwelt, sondern auch im heutigen Datenmeer kann auf diese Hilfe zurückgegriffen werden. Die Buhl'schen Operatoren AND, OR und NOT unterstützen bei der Recherche in Bibliothekskatalogen, Datenbanken und Suchmaschinen. Das Thema der Recherche ist Fabelwesen, die im Wasser leben. Die zentralen Begriffe sind Fabelwesen und Wasser. Die Verknüpfung mit AND findet Medien, die beide Suchbegriffe enthalten müssen. Fabelwesen und Wasser. Die Treffermenge wird geringer, aber präziser. Gibt es zu wenige Treffer, kann die Suche mit ähnlichen oder synonymen Begriffen die Trefferzahl erhöhen. Ein Synonym von Fabelwesen ist Fabeltier. Die Verknüpfung der Suchbegriffe mit OR findet Medien, in denen entweder der eine Begriff oder der andere oder beide Begriffe vorkommen. Entweder Fabelwesen oder Fabeltier oder Fabelwesen und Fabeltier. Steht NOT vor einem Begriff, wird dieser von der Treffermenge ausgeschlossen. Die gefundenen Medien handeln von Fabelwesen, aber nicht von Seeungeheuern. In komplexen Suchanfragen müssen Klammern gesetzt werden. Fabelwesen und Fabeltier werden mit OR kombiniert. Ebenfalls Meer und Wasser. Beide Suchgruppen werden in Klammern gesetzt und mit AND kombiniert. Die gesamte Suchgruppe wird nun in Klammern gesetzt. Um Seeungeheuer von der Suche auszuschließen, wird NOT davor gesetzt. Zum Schluss nochmals eine Zusammenfassung. Werden zwei Suchbegriffe mit AND kombiniert, enthalten die gefundenen Treffer beide Begriffe. Die Trefferzahl wird kleiner. Die Kombination der Suchbegriffe mit OR führt zu Treffern, die mindestens einen der Begriffe enthalten. Die Trefferzahl wird größer. Wird NOT vor einen Suchbegriff gesetzt, kommt dieser Begriff in den gefundenen Treffern nicht vor. Die Trefferzahl wird kleiner. Na, alles klar? Die Trefferzahl wird größer.